Dieser schmalkaldische Bund wurde im Laufe der Jahre immer schwächer, immer loser. Das hat mehrere Gründe. Zum einen muss man ja immer bedenken, es sind ja Adlige, die hier in diesem Bund sind, die aber auch weiterhin territoriale Interessen verfolgen. Es gibt also Konkurrenzkämpfe zwischen einzelnen Fürsten und Adligen. Zum anderen ist es auch so, dass gewisse Handlungen dieses Bundes dazu führen, dass er sich selbst schwächt. Eine dieser schwächenden Handlungen passiert im Sommer 1542. Der Bund erobert Braunschweig-Wolfenbüttel. Das ist ein katholisches Gebiet. Man hat dieses Gebiet aber angegriffen. Man fürchtete eben, dass irgendwann aus Braunschweig-Wolfenbüttel ein Angriff auf ihr eigenes Gebiet vollführt wird. Deswegen wollte man dem zuvor kommen. Allerdings ist das im Bund sehr stark auf Kritik gestoßen und einige wenden sich darauf hin ab. Warum? Zum einen, weil es nicht gewollt war, einen Angriffskrieg zu führen, also offensiv gegen den Katholizismus in deren Gebiet vorzugehen. Zum anderen, weil man damit eben auch eine Reaktion des Kaisers provoziert hat. Und die sollte dann auch kommen, 1546. Aber das zeigt jetzt, dass der Bund auseinandergebrochen ist. Spätestens dann, nach dieser Eroberung von Braunschweig-Wolfenbüttel, war es um den Bund geschehen. Es kommt 1546, wie gesagt, zum Schmalkaldischen Krieg. Und das war eben eine günstige Lage für Kaiser Karl V. Zum einen eben, weil der Bund zerbrochen ist. Zum anderen, weil man unter anderem auch Frieden mit Frankreich geschlossen hat, 1544. Das war deswegen wichtig, weil der Schmalkaldische Bund immer wieder versucht hat, die Gunst Frankreichs zu bekommen. Hier zeigt sich aber auch, dass eben so allmählich aus einem religiös motivierten Bewegung eine politisch motivierte Bewegung wird. Denn, also es geht jetzt hier um Machtpolitik. Denn Frankreich war natürlich katholisch und der Schmalkaldische Bund war protestantisch. Normalerweise dürften die beiden nie eine Verbindung eingehen, wenn es nur um den religiösen Aspekt geht. Es geht aber viel mehr. Frankreich will sich aus dieser Klammerstellung befreien. Spanien und Heiliges Römisches Reich gehört ja beides Karl V. Deswegen hat man Frankreich immer wieder umgarnt. Karl V. schaffte es aber, einen Frieden mit Frankreich zu schließen. Und damit war Frankreich raus. Der Schmalkaldische Bund war auf sich allein gestellt, als es dann zu diesem Krieg kam, 1546. Und er endete ein Jahr später mit der Schlacht bei Mühlberg. Philipp von Hessen und Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen werden festgenommen. Sie werden verhaftet und an der Stelle des Kurfürsten von Sachsen tritt jetzt Herzog Moritz von Sachsen. Und hier zeigt sich auch eben, dass es jetzt um Machtpolitik geht. Moritz von Sachsen ist ja eigentlich auch Protestant. Ihm wurde aber im Vorfeld versprochen vom Kaiser, die Kurwürde zu bekommen, wenn er denn auf seine Seite in den Krieg zieht. Und ja, hier sieht man so allmählich, es geht nicht nur um Religion. Es geht auch um Macht. Machtpolitik. Es kommt dann 1548 zum Augsburger Interim. Ein Beschluss, der nicht vollständig umgesetzt worden ist. Es war vorgesehen, dass die protestantischen Reichstände jetzt am Konzil von Trient teilnehmen. Das war das Konzil, das seit 1545 im Gange war und noch bis 1563 andauern sollte. Die protestantischen Reichstände verpflichteten sich teilzunehmen. Das taten sie auch, wenn auch nur halbherzig. Und man forderte eben ein, temporär zumindest die, ich nenne es mal, Errungenschaften der Reformation zu revidieren, außer Kraft zu setzen. Unter anderem den Laienkelsch bei der Kommunion. Das wurde aber, und die anderen Forderungen eben, wurden nur in Süddeutschland gut umgesetzt. In den Kerngebieten des Protestantismus wurde dieser Beschluss missachtet. Und wie gesagt, die protestantischen Reichstände nehmen dann zwar teil am Konzil von Trient, aber sie wollen ja eigentlich da jetzt nicht wirklich mitmachen. Sie wurden dazu gezwungen und so kommt es auch zu keinen Beschlüssen. Und es kommt eher dazu, dass die Fürsten, gerade aufgrund der Art und Weise, wie der Kaiser mit ihnen umgegangen ist, auch die Verhaftung von Johann Friedrich von Sachsen und die Entmachtung also, dafür fürchten sich eben die Fürsten um ihre Freiheit, um ihre Libertät. Und so kommt es zu, im Grunde einer Fürstenverschwörung. Auch Moritz von Sachsen schließt sich jetzt eben auf die andere Seite an, der ja eigentlich erst durch den Kaiser zum Kurfürsten geworden ist. Und so wird der Kaiser mehr oder weniger am 25. September 1555 zum Augsburger Religionsfrieden gezwungen. Berühmt die Formulierung cuius religio, eius religio, also wessen Region dessen Religion. Besser sollten wir sagen Konfession aus heutiger Sicht. Also den Fürsten war es frei, ob sie jetzt, also ob sie als Katholik ein katholisches Gebiet haben wollten oder ob sie als Protestant ein protestantisches Gebiet haben wollten. Also sie konnten frei ihre Religion und Konfessionszugehörigkeit, besser gesagt, wählen. Und damit gelangte die Reformation zunächst einmal zu einem Ende. Wir wissen, dass der Dreißigjährige Krieg auch nochmal ein Glaubenskrieg ist, unter anderem. Aber dort spielt auch viel Machtpolitik mit. Wir halten aber fest, dass spätestens mit dem Augsburger Religionsfrieden der Protestantismus sich manifestiert hat im Heiligen Römischen Reich und die Kirschenspaltung sowieso nicht mehr rückgängig zu machen war. Was ist eigentlich mit Luther? Den haben wir jetzt gar nicht mehr gehabt am Ende. Wie gesagt, die Reformation hat sich auch immer mehr von Luther gelöst. Luther hat sie eingeleitet, aber irgendwann haben andere die Sachen fortgeführt und zu ihren Zwecken genutzt oder anderweitig fortgesetzt. Luther selbst heiratet am 27. Juni 1525 Katharina von Bora, eine ehemalige Nonne. Und Luther verstarb schon am 18. Februar 1546 in Mansfeld. Das heißt, er hat den Augsburger Religionsfrieden gar nicht mehr miterlebt. Aber er war, also 1546 wusste er zumindest, dass die Kirschenspaltung schon vollzogen ist und eigentlich keine Rückweg, also es gab keinen Rückweg mehr. Ja, und damit endet zunächst einmal die Videoreihe, was das Heilige Römische Reich betrifft. Es gab natürlich auch noch in anderen Ländern Reformationsbewegungen.